Ich war nie ein Held, ich war auch nie negativ, hab scheiß Filme getreten, das ist alles bessere, schlechtere, also ich kann mit den ganzen Worten nichts anfangen. Ich weiß auch gar nicht, was ich darauf antworten soll, weil wenn man mich zum Beispiel fragen würde, warum ich, oder wie sie sagen, gerade ich, kann ich nicht beantworten. Also ich hab noch den Menschen umgebracht zum Beispiel, sondern nur, wie sie selber eben gesagt haben, also negative Filme getreten, weil sie sich auszudrücken. Von einer Anäuferbinde muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze, er hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat er gemacht! Noto Mesiao! 0. 0. Jetzt muss man nur einen Arschloch sein, um was zu machen. Bei den Tobsuchtsanfällen Kinskis war das oft sehr merkwürdig mit unseren indianischen Statisten. Das waren ja Machigangas und auch viele Kampas. Normalerweise wird bei denen ja nur sehr, sehr vorsichtig, ganz, ganz leise geredet. Berührungen sind sehr behutsam und die hatten offensichtlich Angst, saßen im Kreis zusammen, steckten die Köpfe zusammen und flisterten. Am Schluss der Dreharbeiten, gegen Schluss, boten mir die Indianer an, dass sie den Kinski ermorden werden für mich. Sie sagten, sollen wir ihn töten für dich. Und ich sagte, nein, um Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Gottes Willen, ich brauche ihn ja noch zum Drehen. Vielen Dank.